herzlich willkommen zurück im freispiel herzlich willkommen zurück zu wir haben die neuheiten für den herz 2020 angespielt und jetzt spielen wir es einfach statt euch zu erzählen wie das geht es ist bis 20 von lena burkhardt bei drei magier spiele erschienen und das ziel ist es einfach nur fehlerfrei bis 20 zu zählen aber wir haben probleme dabei wir beginnen mit zwei zahlen die wir austauschen das heißt nur die drei zählen dann nur 17 sagen oder 17 zählen müssen wir drei sagen los geht's eins zwei siebzehn vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf dreizehn vierzehn 15 16 3 18 19 20 eins zwei siebzehn vier fünf sechs rot acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn 15 16 3 18 19 20 eins 17 4 5 6 7 das ist falsch ok scheiße so jetzt verlieren wir hier so ein kristall das können wir alle aufgaben schaffen solange noch kristalle haben haben wir gewonnen machen wir jetzt schon eine neue aufbau dazu ne das müssen wir fehlerfrei schaffen und der der den fehler gemacht hat fängt 1 17 4 5 6 rot 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 18 19 20 1 1 17, 4, 5, 6, Rot, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 18, 19, 20! Eins, 17, 4, 5, 6, Rot, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 18, 19, 20! Eins, 17, 4, 5, 6, Rot, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, ne, 3 ist die 17. Genau, das ist bis 20 von 3 Magier-Spiele, 2 bis 5 Spieler, glaube ich, 2 bis 8 Spieler, das ist so in 10 bis 20 Minuten gespielt, super hart und man kann natürlich jetzt, wir haben hier 6 Aufgaben, also eine hätten wir noch schaffen müssen, es gibt haufenweise Aufgaben, man kann die Schwierigkeit natürlich steigern und man kann es auch gegeneinander spielen statt miteinander. Genau, wenn ihr noch Vorschläge habt, was wir euch in Videos vorstellen sollen, schreibt das unten in die Kommentare, drückt hier drauf, um uns ein Abo da zu lassen und bis dahin bleibt uns nur zu sagen, viel Spaß mit Spielen und tschüss! Tschüss! Fahrzeichen!